Hallo liebe Freunde und Freundinnen. Ja, ich habe noch eine Wunschliste für Weihnachten. Hört mal zu. Also ich wünsche mir Hoffnung für die Verzweifelten, Zeit für die Eiligen, Musik für die Tanzenden. Ich wünsche mir Sanftmut für die Mächtigen, Speisen für die Hungernden, Versöhnung für die Streitenden. Und ich wünsche mir Wärme für die Frierenden, eine lange, lange, lange unendliche Dauer für die Liebenden, den Frieden und Glück allen Menschen auf Erden. Das wünsche ich mir und euch zu Weihnachten. Jawohl, ja, ich denke, das ist auch so der Sinn der Weihnachten. Und ich bin ja nur ein kleiner Hund, aber ich denke mir, das wäre alles okay so. Und dann wäre es viel, viel ruhiger und schöner hier auf Erden. Ohne Zang, ohne Streit, ohne Gier, ohne Verzweiflung, ohne Angst, ohne Hunger, ohne Trauer. Das wäre doch toll, ne? So, das sollten wir uns alle zu Weihnachten wünschen. Also ich wünsche mir das. Und euch wünsche ich heute einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Mockli mit die weiße Socke.